Hallo! Es ist Samstag heute. Wir sind schon unterwegs. Es ist zwar erst kurz nach 10. Normalerweise frühstücken wir zu dieser Zeit erst, aber wir haben einiges auf dem Plan heute. Als erstes fahren wir nach Rhüningen. Da ist so ein Tanz-Schuh-Sport-Tanz-Zubehör-Geschäft, keine Ahnung. Da war ich noch nie, soll aber sehr gut sein. Super Beratung und ich möchte mir gerne Linedance-Schuhe kaufen, wenn die was passendes für mich haben. Danach wollen wir noch in die Stadt. Da ein bisschen rumgucken zum Optiker auf jeden Fall. Heute Abend sind wir in der Tanzschule. Also volles Programm heute. Das macht aber nichts. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich dann da in dem Geschäft filmen kann und ob ich mich das traue. Müssen wir erst mal sehen. Es bleibt spannend. So, ich war jetzt hier in dem Laden drin. Er sieht echt nach nichts aus. Das muss ich mal ganz klar sagen, aber ich fühle mich gut beraten eigentlich. Ich zeige euch mal die Schuhe, die ich jetzt gekauft habe. So, und zwar ist das hier der Laden. Genau, das ist der Laden. Also die war wirklich sehr nett und hat sich wirklich Mühe gegeben. Ich habe jetzt, glaube ich, zehn Paar Schuhe angehabt und das sind jetzt die, die ich gekauft habe. Ich habe mich jetzt für Stiefel entschieden, weil die einfach irgendwie besser saßen und die Schuhgröße 42. Also das ist jetzt sogar, das sind ja Tanzschuhe, das ist jetzt sogar 45. Ja, ich habe die jetzt erst mal genommen. Also ich musste mich jetzt für das geringste Übel entscheiden und ich hoffe, da werde ich erst mal die nächste Zeit glücklich sein. So, wir haben auch einen guten Parkplatz gefunden und jetzt geht's ab in die Stadt. So, ich bin jetzt gerade dabei hier reichlich Brillen anzuprobieren, aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden. 睡 in die Stadt noch einmal richtig認 Х Almaget und du da. Ich habe mich nicht so richtig gehört. So, ich bin jetzt gerne noch einologia, geliefert sein. So, ich bin jetzt mal, wenn ich jetzt jemanden schreibe. So, ich bin bereit. So, ich bin jetzt mal, ich bin der Lust auf. So, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt hier mal, ich bin jetzt mal. So, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal. So, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal. So, wir sind jetzt unterwegs zur Tanzschule, es ist alles noch hell, es ist ein bisschen komisch, wenn man dann so eine Abendveranstaltung ist, es ist noch hell im Sommer. Aber ich glaube, es wird gut, ich habe genügend Schuhe mit, meine Füße werden aushalten. Ok, wir sind raus aus der Tanzschule. Ich dachte schon, da kommt jetzt jemand. So, wir sind raus aus der Tanzschule. Reicht jetzt auch. Sieht auch ein bisschen derangiert aus, macht aber nichts. Ja, das war der Tag für heute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gebt mir halt einen Daumen runter, ist auch okay. Ich wünsche euch was. Ciao.